Als nächstes zeigt Ihnen die Lime-Dance-Gruppe aus dem Waschau unter der Leitung von Herrn Hirschinger einen amerikanischen Tanzstil. Und die Erklärung gibt Ihnen euch, Herr Hirschinger, persönlich. Ja, hallo, grüß Gott, mein Freund, das ist natürlich sehr der Name. Wir sind die Pascal Leitdänzer, fünf zusammengewürfelte Truppe aus Garn, Musiker, Schibert, Fischbach, Schönau. Wir betreiben das so wie seit 18 Jahren, Leitdänz, das ist amerikanische Tanz, denn die Cowboys früher mit der Leitung unterwegs waren in den Revier und hatten keine Frauen, keine, naja, was man so braucht hat. Da haben sie halt getanzt. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, es gefällt euch. Wollen wir unten mal vielleicht noch ein bisschen anladen? Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!